Die gute alte Zwiebel. Entweder man liebt oder hasst sie. Unbestreitbar ist aber, dass Zwiebeln eines der gesündesten Lebensmittel darstellen und eine Vielzahl an Vorteilen für deine Gesundheit haben können. Es ist wahr, Zwiebeln ist ein wahres Power-Gemüse und noch dazu unglaublich vielseitig verwendbar, ob in Salaten, bei sommerlichen Barbecues oder einfach in einem leckeren Sandwich für zwischendurch. Zwiebeln sind einfach toll und können dir auch auf deinem Weg zu einer gesünderen Ernährung zahlreiche Vorteile bringen. Übrigens, wenn du zu den ganz Harten gehörst. In manchen Ländern werden Zwiebel sogar im Ganzen und roh wie ein Apfel gegessen. Angeblich wird dadurch das Immunsystem gestärkt und man hat deutlich seltene Erkältungen. Ob das stimmt? Probier es aus und sag uns dann einfach Bescheid. Denn hier sind 5 Dinge, die du bewirken kannst, wenn du mindestens eine Woche lang jeden Tag Zwiebeln zu dir nimmst. 1. Zwiebeln stärken dein Immunsystem Dein Immunsystem ist unglaublich wichtig für deine Gesundheit. Genau deswegen solltest du auch alles daran setzen, es so gut wie möglich zu behandeln. Genau das kannst du zum Beispiel mit Zwiebeln machen. Denn Zwiebeln haben hervorragende antibakterielle und antivirale Eigenschaften, beinhalten eine Menge an Zink, Mangan, Jod sowie Selen und können zusätzlich auch noch deine Durchblutung anregen. Zwiebeln sind eben wahre Allrounder und können dein Immunsystem zu einer wahren Festung des Widerstands gegen Krankheitserreger machen. Zwiebeln essen lohnt sich also absolut. 2. Zwiebeln bekämpfen freie Radikale Zwiebeln beinhalten äußerst viele Antioxidantien, die sehr wichtig sind, um freie Radikale zu bekämpfen. Denn freie Radikale können für deinen Körper sehr gefährlich sein und viele schwere Krankheiten auslösen. Wenn du regelmäßig Zwiebeln isst, dann schickst du eine Armee aus Antioxidantienkriegern in den Kampf gegen diese freie Radikale und kannst die Schlacht auf diese Art und Weise überlegen gewinnen. Mit Zwiebeln ist eben nicht zu spaßen, denn dieses Supergemüse ist ein wahrer Garant für gute Gesundheit. 3. Zwiebeln haben positive Effekte auf deinen Blutzucker Zwiebeln sind reich an dem Pflanzenhormon Glukokinin, das bekannt dafür ist, eine blutzuckersenkende Wirkung zu haben. Denn durch Glukokinin wird der Glukosestoffwechsel in der Bauchspeicheldrüse angeregt, ähnlich wie durch Insulin. Kein Wunder also, dass viele Menschen mit Diabetes auch von vielen Ärzten dazu geraten wird, mehr Zwiebeln zu konsumieren. 4. Zwiebeln können vielseitig verwendet werden Zwiebeln kannst du so gut wie bei allen Mahlzeiten hinzufügen, außer vielleicht bei Torten, Eis und Zuckerwatte. Wobei, eine Überlegung wäre es vielleicht wert. Denn Zwiebeln sind einfach so unglaublich gesund, dass sie das Nährwertprofil jeder Mahlzeit großartig aufwerten können. Versuch es einfach und du wirst schnell merken, wie leicht du Zwiebeln in deine Ernährung integrieren kannst. 5. Zwiebeln sind gut für deine Zähne Zahlreiche Studien haben herausgefunden, dass Zwiebeln deine Zähne gesünder, stabiler und auch weißer machen können. Die besten Effekte kannst du erzielen, wenn du täglich mehrmals für zwei bis drei Minuten rohe Zwiebeln kaust. Denn dabei werden unter anderem auch viele Bakterien vernichtet, die sonst deine Zähne angreifen können. Mit Zwiebeln kannst du einfach deine gesamte Zahngesundheit erheblich verbessern. Liebst du oder hast du Zwiebeln? Wie oft nimmst du Zwiebeln zu dir? Wirst du nach diesem Video in Zukunft noch mehr Zwiebeln essen? Antworte uns in den Kommentaren und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, damit du in Zukunft bei allen unseren neuen Videos zuerst informiert wirst. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir noch einen fantastischen Tag!